Sie hören SBS German. Sie hören den SBS German News Flash an diesem Mittwoch, den 27. Dezember. Mein Name ist Julia Grewe. Die heftigen Stürme im Osten Australiens haben mindestens sieben Todesopfer gefordert, darunter ein neunjähriges Mädchen. Nach einem Bootsunfall in der Morton Bay in Queensland wurden drei Menschen totgeborgen. In Victoria starb eine Frau, nachdem ein Campingplatz überflutet wurde. Und im Osten Victorias und an der Gold Coast wurde jeweils ein Mensch von umstürzenden Bäumen erschlagen. Die israelische Regierung hat angekündigt, Mitarbeitern der Vereinten Nationen nicht mehr automatisch Visa zu erteilen. Israel beschuldigt die UNO, mitschuldige Partner an der Taktik der Hamas zu sein. Dem israelischen Regierungssprecher Elon Levy zufolge wälzen internationale Beamte schon seit langem die Schuld auf Israel ab. Er wirft ihnen vor, damit die Hamas zu decken. Gleichzeitig hat der israelische Militärchef erklärt, dass der Krieg in Gaza wahrscheinlich noch viele Monate andauern werde. Im arabischen Meer spitzt sich der Konflikt zu. So hat das US-Verteidigungsministerium den Iran beschuldigt, in der Region ein Schiff angegriffen zu haben. Es war das erste Mal seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, dass Washington öffentlich Teheran vorwirft, Schiffe direkt anzugreifen. Jetzt hat auch Indien angekündigt, drei Zerstörer mit Marschflugkörpern und ein seefernen Aufklärungsflugzeug ins arabische Meer zu schicken. Dies sei eine Reaktion auf die jüngste Angriffswelle und diene nach Angaben der indischen Marine dazu, die Sicherheit von Schiffen und deren Besatzung zu garantieren. Nachdem für 20 Tage lang nicht klar war, wo sich der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny befindet, hat er nun mitgeteilt, in ein Straflager in der Polarregion verlegt worden zu sein. Das Lager IK-3 in Tschab ist für seine brutalen Bedingungen bekannt. Nawalny versicherte, dass es ihm gut ginge. Der 47-Jährige war wegen angeblichem Extremismus zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Eine Gruppe, die den australischen Einzelhandel vertritt, sagt, dass die Verkäufe am Boxing Day ein Indikator für die Stärke der Einzelhandelsaktivitäten im Januar 2024 sein werden. Die Australian Retailers Association prognostiziert für den Zeitraum vom 26. Dezember bis zum 15. Januar einen Umsatzanstieg von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das entspricht einem Umsatz von 23,9 Milliarden Dollar in diesem Zeitraum. Fleur Brown, Chief Industry Affairs Officer bei der Australian Retailers Association, sagt, dass der Druck auf die Lebenshaltungskosten die Ausgaben beeinflusst. Redaktionsschluss für diese Nachrichten war 14 Uhr Australian Eastern Standard Time. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com slash sbsgerman. Unterstützung awake, Chris basket, Konaip. Pre Zweig und Koa pied, strengen Sie unsere Inhalte im Hofazar und Zeitraum Bis zum nächsten Mal.